Dein Fanatismus macht dich blind. Du bist so besessen, dass du nicht weißt, wann es Zeit ist, aufzuhören. Wenn du wirklich so stark bist, wie du sagst, warum kämpfen wir da nicht weiter und bringen die Sache zu Ende? Du hast recht, es ist Zeit für mich, dich ein für allemal auszuradieren. Das ist zu viel Energie, will sie den Planeten in die Luft sprengen. Das ist mir egal. Das ist die einzige Chance, die Kerl zu erledigen. Der Planeten wird explodieren. Komm zurück, mein Sohn. Was soll das zu bedeuten? Dich kann man einfach nicht loswerden. Ich sagte doch, freu dich nicht so früh. Das soll nur zum Warm machen. Den Rest hände ich mir für so'n Kuckuck auf. Gut gemacht, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich. Ich wusste doch, dass dir dieser Knirps nicht das Wasser reichen kann. Ha 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 ha! Freezer! Es ist unglaublich. Wie ist das möglich? Wer ist dieser Teilung? Woher kommt der? Hätte ich's nicht gesehen, würde ich nicht glauben. Ein geheimnisvoller junger Mann hat es ganz leicht geschafft, Freezer zu besiegen. Aber wie ist sein Name? Aber wie ist sein Name? Aber wie ist sein Name?